Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem neuen Video zum Thema. Ich habe schon wieder mein Licht vergessen, es kommt da gleich noch hin. Alles gut. Wir haben die sieben besten Passrusher im Draft 2021 für mich. Wenn ich Passrusher sage, die sind natürlich nicht nur da, um den Passer zu rushen. Natürlich müssen die auch die Lauf verteidigen. Edgerusher oder Edgedefender ist vermutlich das bessere Wort dafür. Wir sind hier ein bisschen bei einer Problematik, weil es ja mehrere verschiedene defensive Systeme gibt. Hauptsächlich, was man so als Base-Defense bezeichnet, ist entweder 4-3, heißt du hast vier Leute an der Line und drei Linebacker dahinter. Oder dann 3-4, heißt du hast drei Leute an der Line und vier Linebacker. In den meisten Systemen sind die beiden äußeren Linebacker davon dann auch an der Line und stehen quasi. Wir haben heute ein bisschen von beiden. Wir haben Spieler für das System, Spieler für das System, Spieler für das System, Spieler, die beides machen können. Und die sind alle sozusagen in ein Video geworfen. Es gibt da teilweise Unterschiede. Ich versuche da ein bisschen drauf einzugehen. Nächstes Mal wird es höchstwahrscheinlich um die Wide Receiver gehen. Dann das Letzte in der Defense, die Cornerbacks. Und dann geht es zu den Quarterbacks. Und dann ist auch bald schon der Draft. Sind nicht mal mehr 10 Tage, Jungs. Let's go. Ganz kurze Erinnerung, weil ich letztens nochmal angesprochen wurde und weil es mir halt auch selber immer wieder auffällt, dass ich vergesse Videos zu liken, obwohl die mir gefallen. Es sei denn, da ist so ein krasser Moment drin, wo ich richtig anfange zu lachen oder so. Dann fällt mir immer ein, Moment, hier sollte ich liken oder sowas. Deswegen kurze Erinnerung, falls ihr auch so seid, falls ihr es auch vergesst und euch gefallen, die Draft-Videos generell, lasst ein Like kurz da. Kostet nichts, sonst hilft den Videos, glaube ich. Okay, wir fangen an auf Spot 7 mit Jalen Phillips aus Miami, Redshirt Junior. Die Größen und sowas lasse ich weg, weil irrelevant. Wir haben hier niemanden, der wirklich krass aus der Reihe fällt. Ein paar, die ein bisschen kleiner sind als die anderen, aber das kann ich dann auch ansagen. Und niemanden, der wirklich kritisch zu klein oder zu leicht oder zu schwer ist. Jalen Phillips ist ein ganz besonderer Fall, denn wenn ich nur nach Talent gehen würde oder danach, wie er gespielt hat, sage ich mal, wenn man also nur wirklich das auf dem Feld bewerten würde, wäre er eventuell Nummer 2 bei mir. Bei vielen wäre er dann Nummer 1. Ich bin einfach ein ziemlich großer Fan von meiner Nummer 1, deswegen wäre er vermutlich bei mir Nummer 2. Die ganz große Sache bei ihm ist, und da rede ich direkt am Anfang drüber, jetzt ist es keine Charakterschwierigkeiten oder sowas, da habe ich nichts gehört oder da hört man nichts. Bei ihm ist es wirklich was Medizinisches. Das ist ärgerlich. Der ist als 5-Star-Recruit, also 5 Stern ist ja das Höchste, was du haben kannst, wenn du aus der Highschool ins College gehst, ist er rausgekommen, also sehr, sehr gut aus der Highschool und war dann bei UCLA und ist dann da tatsächlich medizinisch retired, nennt man das, also er ist medizinisch in den Ruhestand getreten. Hatte Knöchelverletzungen und so weiter, also wirklich einfach Verletzungspech ein bisschen. Was es dann letztendlich aber wirklich ausgemacht hat, waren mehrere Gehirnerschütterungen, die er hatte, wo er dann mit Ärzten geredet hat, die sich das alles angeguckt haben und gesagt haben, hey, so wie es aussieht momentan, wäre es vermutlich das Beste, wenn du nicht mehr Football spielst. Das macht dir zu viel kaputt und einfach dein Kopf ist dafür nicht gemacht. So Pech kann man nichts machen. Dann war er auch kurz medizinisch retired und ist dann zurückgekommen sozusagen. Hat nochmal angefangen zu spielen, hat gesagt, ey, ich kann nicht ohne. Er spielt wieder, ist bei Miami gewesen, hat gesagt, Miami hat ihm den Spaß wiedergebracht und so weiter. Das Problem ist, das macht ihn für mich nahezu undraftbar. Ich nehme an, irgendein Team in der ersten Runde wird ihn draften, vielleicht Anfang zweiter Runde oder sowas, weil das Potenzial so da ist. Aber für mich persönlich, wenn ich ein GM wäre, ich würde ihn nicht draften in den ersten drei Runden, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass er länger als zwei Jahre in der NFL spielen wird. Und das klingt total mies und ich hoffe natürlich für ihn, dass ich mich irre, dass er nie wieder irgendwelche Concussion, irgendwelche Gehirnerschütterungsprobleme haben wird. Aber du musst das Ganze aus einer Business-Sicht sehen und da wäre mir das Risiko einfach deutlich zu groß, wenn er halt nicht nur mehrfach Gehirnerschütterungen hatte am College, sondern schon mal wirklich in den Ruhestand gegangen ist aus medizinischen Gründen und dann wiedergekommen ist. Vom Talent her, super gegen den Pass, adäquat gegen den Lauf, super Scheme-Versatile ist das Wort, was man da immer benutzt, das heißt, er kann sowohl das als auch das spielen. Wie ich vorhin euch erklärt habe, mit der Base-Defense, also 4-3-3-4, kann er bei beiden Positionen spielen oder bei beiden Defenses eine Position übernehmen. Beim 4-3 wäre er dann dieser klassische Defensive End und beim 3-4 wäre er dann ein primärer Pass-Rusher auf Outside-Linebacker, der aber auch mal droppen kann. Der hat bei Miami schon beides gemacht, also Hand auf dem Boden, also 3-Point-Stands und dann einfach auf zwei Beinen, also ich weiß nicht genau, wie man die Position nennt, 2-Point-Stands, daraus gerusht. Er kann, wie gesagt, beides, muss relativ wenig droppen, aber wenn er es gemacht hat mit der Länge, kann er dann natürlich in der Flatfield zumachen. Jetzt nicht wirklich Click and Close, dass er irgendwas sieht und da schnell hinkommt und sowas, ist logischerweise kein Cornerback oder logischerweise auch kein Pass-Cover-Linebacker, aber er kann das machen, dass du es ab und zu mal einstreuen kannst, um den Gegner damit zu verwirren. Also Talent, sehr, sehr gut, aber leider ein extrem großes Fragezeichen. Okay, nächster Spieler auf meiner Liste, bei dem bin ich auch deutlich höher als die meisten anderen. Ich glaube, das Draft-Network zum Beispiel hat den auf Rang 250 oder irgend sowas von allen Prospects und vielleicht der, keine Ahnung, 25. Pass-Rusher oder so bei denen. Bei mir ist er Nummer 6. Ich glaube, Daniel Jeremiah ist auch nicht so hoch auf dem. Das ist ein bisschen kritisch, weil Daniel Jeremiah, wie gesagt, dem vertraue ich immer sehr, aber wenn ich mir Rashad Weaver angucke, ich sehe einen richtig guten Defensive End. Anders als jetzt eben bei einem Jalen Phillips würde ich sagen, dass du ihn vermutlich nicht primär in einem 3-4 spielen solltest. Also wenn ich ein 3-4-Team wäre, weiß ich nicht, ob ich ihn dann unbedingt gerne draften würde, vor allem sehr hoch, wenn ich ein 4-3-Team wäre, was ein Need hat auf End, dann definitiv, da hätte ich Bock drauf. Bei einem 3-4 vermutlich eher dann in die Mitte, also ein Defensive End, eine Fünfer-Technik ist es dann meistens, statt außen dieser Stand-Up-Edge-Rusher, was ich gerade gesagt habe bei Jalen Phillips, was dann, keine Ahnung, eine Sieben ist oder eine Neun. Rashad Weaver war 2018 sehr gut, hat sich dann 19. das Kreuzband gerissen und ich glaube, gar nicht gespielt oder nur ganz am Anfang. Es kann sogar sein, dass er, wie gesagt, sich vorher schon das Kreuzband gerissen hat. Ich habe mein Licht vergessen, Dreck, mache ich gleich. Und jetzt, 2020, hat er wieder gespielt. Ich glaube, neun Spiele oder sowas hatten die, neun, zehn, acht, irgendwas in dem Dreh und hatte ein bisschen weniger Sacks als Anzahl der Spiele. Also wenn sie acht hatten, dann hat er sechseinhalb oder wenn sie neun Spiele hatten, hat er siebeneinhalb Sacks, irgend sowas. Ist produktiv und ich denke, dass das, was er hat, ist nicht wirklich extrem viel Potenzial. Also ich weiß nicht, ob er jemals irgendwie kein Top-5-Pass-Rusher in der NFL sein wird, aber ich glaube, der hat einfach einen relativ hohen Floor oder einen ziemlich hohen Floor. Das heißt, den kannst du direkt reinpacken. Wie gesagt, er wird jetzt nicht unbedingt der Star deiner Defense sein, aber der kann produktiver NFL-Pass-Rusher sein, ein bisschen, keine Ahnung, Trey Hendrickson, wenn du auf der anderen Seite einen Star hast, der dann auf der Seite seinen Job gut macht und davon profitiert, dass er 1-1-Blocks hat, big on big. Ich mag seine Hand-Usage, also was er mit seinen Händen macht, seine Technik ist sehr gut. Athletik ist nicht so krass, der lässt sich manchmal ein bisschen einfach rauswaschen von einem Tackle, wenn er zu leicht abfilt geht und quasi nicht checkt, dass der Lauf da lang gehen soll und er sich komplett wegwaschen lässt. Aber ansonsten stabiler Defensive End. Okay, mein Edge-Rusher oder mein Edge-Defender, was auch immer, Nummer 5 ist Joseph Osai aus Texas, ist ein Junior, Rashad Weaver übrigens ein Redshirt Senior, ich weiß nicht, ob ich das eben gesagt habe, also ein 5-Jahr-Spieler. Joseph Osai, dann quasi zwei Jahre weniger am College gewesen und das Ding ist, der hat nie wirklich eine fest definierte Rolle gehabt bei Texas, bis dann zu seinem letzten Jahr jetzt. Da ist er an die Line gegangen, Stand-Up-Rusher, also das, was ich vorhin gesagt habe, wo du quasi nicht mit einer Hand noch auf dem Boden bist, sondern aus einem ganz normalen Two-Point-Stance, also einfach nur, wenn du mit beiden Füßen auf dem Boden stehst und dann rushst. Ich denke, das wird auch seine ideale Rolle in der NFL sein, also den würde ich vermutlich nicht draften, wenn ich einen puren 4-3-Defensive End haben möchte, weil ich nicht denke, dass es sein Skillset optimal benutzen würde. Wenn du einen 3-4-Defensive End willst, oder einen 3-4-Outside-Linebacker willst, der viel machen kann, das heißt, der sowohl rushen kann, als auch in Coverage droppen, als auch Man-Coverage spielen und mal einen Back übernehmen aus dem Backfield oder einen Tight-End-Carrying oder sowas, dann denke ich, ist das dein Mann. Und das Ding ist, dadurch, dass er wirklich jetzt erst die erste Saison wirklich fest da gespielt hat, ist da einfach sehr viel Projektion. Also man weiß es noch nicht genau, man hat zu wenig gesehen, um wirklich fest sagen zu können, ja, der ist super oder nee, der ist nicht super, sondern es sieht so aus, als hätte er Potenzial, sich dahin zu entwickeln, sehr, sehr gut zu sein. Dadurch, dass er auch oft Ball-Linebacker gespielt hat, sind da die Fähigkeiten schon ein bisschen mehr ausgearbeitet und dadurch ist dieses Versatile-Dings, was ich eben meinte, sehr einfach zu erkennen. Beachten, wenn ich Versatile meine, Versatile ist so viel wie vielfältig. Ich benutze nur Versatile lieber, weil ich das immer lese und irgendwie hat das auch noch eine andere, nur aus, I don't know. Also wenn ich Versatile sage, ist das was anderes als Scheme-Versatile. Weil ein Scheme ist ja immer ein bestimmtes System, was man spielt, ne? Und wenn ich sage, jemand ist Scheme-Versatile, dann heißt das, er kann in vielen verschiedenen Systemen spielen. Wenn ich sage, jemand ist Versatile, dann meine ich damit, wenn ich das benutze, dass er innerhalb eines Systems mehrere verschiedene Rollen übernehmen kann. Das klingt jetzt für manche von euch vielleicht, als wäre es das Gleiche. Bei mir im Kopf sind das nochmal verschiedene Sachen. Vielleicht habt ihr ja verstanden, was ich meine. Also er ist sehr Versatile in diesem 3-4-System. 4-3 wüsste ich nicht genau, wohin mit ihm. Da wäre es vermutlich ein blitzender OLB oder so. Ich denke, der könnte noch in die erste Runde rutschen. Wahrscheinlicher, dass er in der zweiten Runde irgendwann gedraftet wird, weil er noch ein bisschen Projekt ist. Also ich glaube nicht, dass er direkt reinkommt und direkt alle flasht im Trainingscamp und dann direkt Woche 1 startet und super spielt und was weiß ich. Aber extrem viel Potenzial, sehr viel Athletik da. Nächster Spieler für mich ist Edge Rusher, Edge Defender Nummer 4 und das ist Gregory Russo, der Nächste aus Miami. Allerdings ein Ticken jünger, ist ein Ratchet Sophomore. Interessante Sache bei ihm, ähnlich wie bei Joseph Osai, ist, dass er noch gar nicht lange wirklich entspielt oder an der Line gespielt hat überhaupt. Er hatte eine sehr produktive Freshman-Saison 2019, hat da extrem viele Sacks gehabt und Tackles for Loss und was weiß ich. Und das auch, obwohl er gar nicht so bombastisch angefangen hat, sondern es hat sich einfach sehr gesteigert im Laufe des Jahres. Und das ist irgendwo logisch, weil er in der Highschool, ich glaube, gar nicht Defensive End gespielt hat, sondern Skill Position. Also ich glaube, Wide Receiver und Safety oder sowas. Wenn man das hört, denkt man jetzt, oh, dann ist der bestimmt mega der athletische Defensive End. Und das wurde leider ein bisschen debunkt, also kaputt gemacht, dieses Gerücht oder die Annahme bei seinem Pro Day. Da hat man nochmal gesehen, der ist jetzt gerade im Vergleich zu ein paar anderen, auf die wir noch zu sprechen kommen, nicht unbedingt der allerathletischste Edge Rusher. Das heißt, viel, was er macht, macht er schon mit Technik, was beeindruckend ist, wenn man überlegt, dass er, wie gesagt, noch gar nicht so lange spielt. Ich denke, die Rolle für ihn wäre ein 4-3-Defensive End oder ein 3-4-Defensive End. Das heißt, alles, was weiter innen ist, als dieser 4-3-Defensive End. Ich kann mir auch vorstellen, dass zu ihm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, was für mich ein NASCAR-Package ist. In manchen Systemen nennt man das NASCAR-Package, in manchen Systemen ist ein NASCAR-Package vielleicht was anderes. Und das, was ich meine, hat einen ganz anderen Namen. NASCAR-Package für mich ist quasi, wenn du nur diese ganzen Speed Rusher auf dem Feld hast, bei 3 und 19 oder sowas, wo du jetzt nicht wirklich dir Gedanken machen musst, uh, wie verteidigen wir jetzt an der Line of Scrimmage den Lauf, sondern du sagst, ey Jungs, Ohrenback, Pin und Whoop zum Quarterback, dass du dann vielleicht auch teilweise einfach 4 Defensive Ends auf dem Feld hast und Defensive Tackles komplett rauslässt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es super wäre für ihn, dann auch mal die Chance zu haben, über einem Guard zu arbeiten oder über einem Center sogar, wenn man ganz verrückt ist. Also ich glaube auch, da kannst du viel machen innerhalb von einem Scheme. Und ich glaube auch, er ist nicht unbedingt Scheme-gebunden. Also das ist so ein bisschen sowohl Versatile als auch Scheme-Versatile, die beiden Begriffe, die ich eben gebracht habe. Teilweise ist er zu hoch in Run-Defense, also lässt sich auch ein bisschen rauswaschen, das, was ich vorhin bei Richard Weaver gesagt hatte. Und ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll, dass er letztes Jahr nicht gespielt hat. Wir haben letztendlich nur eine Saison von ihm gesehen, da war er gut. Da sah er auch aus, als hätte er noch viel Luft nach oben, also als könnte er wirklich ein Star werden. Aber es ist ein bisschen kleine Samplesize, ein bisschen wenig, was man gesehen hat. Würde mich trotzdem wundern, wenn er aus Runde 1 rausfällt, trotz des nicht so guten Pro Days. Okay, jetzt sind Spiele, auf denen ich sehr, sehr hoch bin oder generell alle drei, die jetzt noch kommen, finde ich extrem geil. Also jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die sind auf Chase Young Level oder sowas, aber einfach, ich finde sie besser, als sie dargestellt werden von den meisten Football-Medien, was auch immer. Erster davon ist Aziz Ojolari aus Georgia, der nächste Ratched Sophomore. Einer von den ein bisschen kleineren zusammen mit Joseph Osai in der Class. Aber insgesamt kommt es auf dem Tape nicht wirklich rüber, wenn ich Spiele gucke, denke ich nicht, oh, der ist ein bisschen leicht, ein bisschen klein, was auch immer. Überhaupt nicht. Ich finde immer es, oder nicht immer, aber es gibt häufig diesen Prototypen, die Fans of End, Pass Rusher. Für mich ist es, vielleicht weil ich Florida State Fan bin, aber auch, weil er meiner Meinung nach einer der Besten da in dieser Rubrik in der NFL ist, ein Brian Burns. Einfach lang, extrem guter Band, also diese quasi sehr, sehr gekippte Rennen können und dadurch gut um die Kurve kommen. Das und dann den anderen Typ, der vielleicht ein bisschen mehr Techniker ist, der vielleicht ein bisschen mehr nach innen zurückarbeitet und sowas, was dann vielleicht die beiden Bowsers sind zum Beispiel, obwohl die natürlich absolute Ausnahmetalente sind. Niemand hier in der Class sollte sich mit einem der beiden Bowsers vergleichen. Aber ihr wisst eventuell, was ich meine, wenn ich jetzt sage, sie ist Orjularis eher das Zweite. Der hat extrem viele Moves drin, die er bringt. Der hat jetzt nicht immer den gleichen Move und wenn der nicht funktioniert, ist er im Eimer. Der hat gefühlt immer ein Konterapparat von wegen, oh, wenn das erste nicht funktioniert, dann mache ich das danach, was mir persönlich extrem wichtig ist. Weil ich das hasse, wenn ich irgendwie Lions gucke oder sowas oder FSU und ich sehe dann in der Zeitlupenwiederholung irgendein End einen Move machen und dann danach gefühlt einfach nur noch drücken und oh Mist, hat nicht geklappt und da, da, da. Wenn du nicht durchkommst mit dem ersten Move, dann entweder meiner Meinung nach ein Konter haben oder gucken, ob der Quarterback wirft und springen und versuchen den Ball zu betten an der Line, aber dann einfach nur sich da so halb wie so ein, keine Ahnung, nasser Sack reinlehnen in den O-Liner, das bringt es irgendwie für mich nicht und das ist halt was, was ich liebe. Anaziz Orgelari, ich habe auch das Gefühl, der gibt nie auf bei irgendeinem Player oder wenn, ist halt ein bisschen schwer sich zu straffen, sage ich mal, wenn du siehst, okay, ich bin End auf der Seite und das ist ein Stretch zur anderen Seite, dass du dann sagst, ja gut, muss ich jetzt hier meinen Winkel laufen und bis ich da bin, ist sowieso schon alles vorbei. Gibt es nicht bei ihm. Bei ihm ist gefühlt immer nur 100 Prozent, was anderes hat er nicht. Liebe ich, was habe ich gesagt, Moves hatte ich schon gesagt, ist ein guter Run-Defender, ansonsten spielst du bei Georgia glaube ich auch nicht, wenn du kein guter Run-Defender bist, egal wie gut deine Pass-Rush-Moves sind und der, der ist noch jung, der hat noch Entwicklungspotenzial, Entwicklungsbedarf, beides natürlich. Ich glaube, er kann als 3-4 Outside-Linebacker spielen, wenn er da auch nicht unbedingt die Maße für hat, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ich lege persönlich gar nicht so einen großen Wert auf Maße. Kann auch sein, dass das sich noch ändert im Laufe meiner Football-Analysten-Karriere, aber momentan lege ich nicht den größten Wert auf Maße. Ich denke, er ist ein typischer 4-3-D-End für mich. Ich habe auch schon, ich glaube, Draft-Network war das gesehen, die meinten, er soll ein 4-3-Outside-Linebacker sein, was ich nicht nachvollziehen kann. Stimmt für mich nicht oder da sehe ich ihn nicht, keine Ahnung, aber ja, hat eine super Explosivität, super Athletik, extrem viele Moves, gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Okay, Nummer 2 für mich ist Jason O'Way aus Penn State, auf dem bin ich deutlich höher als die meisten anderen, weil ich denke, dass er vielleicht ein Top-5-Pass-Rusher in der NFL sein kann, purer Pass-Rusher, Defensive End, müssen wir mal drüber reden, aber begeistert von ihm, vor allen Dingen hat er, ich glaube, 2016 oder sowas, erst angefangen, Football zu spielen, nicht auf der Position, sondern generell Football, das heißt, das wird definitiv noch besser werden in nächster Zeit, das Argument, oder eins der größten Argumente, was ich immer höre, ist, ja, die Produktion ist nicht da, der hat 2020 in der letzten Penn State-Saison jetzt keinen einzigen Sack gesammelt und so, wo man dazu sagen muss, ja, okay, erstens war die Penn State-Saison sowieso ein bisschen für den Eimer und zweitens, diese ganzen Stats sind nicht immer so aussagekräftig, wie man denkt, denn wenn du als Jason Owey dastehst, ich weiß, auf der anderen Seite für Shaka Tony zum Beispiel, aber du siehst gerade im College als produktiver oder als talentierter Edge-Rusher, siehst du die ganze Zeit deine Double-Teams, ne, und er hat viele Quarterback-Hits zum Beispiel, wenn der Quarterback den Ball gerade noch wegwerfen konnte, viele Pressures, häufig den Quarterback zur anderen Seite rausgetrieben, wo dann halt irgendwer war, entweder es war ein Linebacker oder ein Corner oder Edge auf der anderen Seite, der dann halt den Sack einsacken konnte und letztendlich, klar, sieht nicht so cool aus auf dem Papier, wenn er dann da einen Pressure hat statt eines Sacks, aber für den Team-Erfolg ist es egal, irgendwer hat den Quarterback gesackt, weil er Druck gemacht hat. Ob er den Quarterback sackt oder ob er anders den Quarterback sackt, ist mir als Fan des Teams oder als Trainer, als GM komplett egal. Und vielen Spielern, das ist glaube ich auch egal, die den Team-Erfolg nach ganz, ganz oben stellen. Hier muss ich sagen, der Floor ist vermutlich ein bisschen niedriger, als man denkt. Ich denke, er ist eher der Typ Brian Burns, eher der, der mit Band über Außen kommt, nicht so schnell, natürlich nicht, noch nicht so schnell, sage ich mal, nicht so ein schneller Get-Off. Er hat einen unglaublich krassen Pro-Day, athletisch wie Sau, irgendwie in 4-3ern gerannt, angeblich beim 4-D-Yard-Dash. Wir müssen uns nochmal über die 4-D-Yard-Dash-Zeiten dieses Jahr unterhalten, aber selbst wenn es ein 4-4 ist, es ist freaky für die Größe, für das Gewicht, sowas sollten die Fans mit Ernst nicht laufen. Ich denke, einfach durch die Athletik, durch das Potenzial, nee, Moment mal, durch die geringe Zeit, die er erst spielt, ist das Potenzial unglaublich. Erste Saison vielleicht ein purer Pass-Rusher, dass du ihn in drei und langen Situationen aufs Feld holst und nicht jetzt wirklich alle 3-Downs spielen lässt, aber ich glaube einfach dadurch, dass er so ein krasses Potenzial hat, könnte er recht hoch gedraftet werden von irgendeinem Team, was ihn jetzt nicht direkt dieses Jahr braucht. Wenn er bis in Runde 2 auf den Lions-Pick fällt, wäre ich enttäuscht, wenn sie ihn nicht nehmen würden. Okay, Nummer 1 Pass-Rusher für mich oder nicht Pass-Rusher, Defensive End, Edge-Rusher, Edge-Defender, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, ist Quiddy Pay aus Michigan. Senior, das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, aber das kann man eigentlich auch niemandem vorwerfen, dass er die komplette Zeit im College war, extrem talentiert. Also ich sag mal, das Potenzial von einem Jason Owey kombiniert mit dem Floor, also mit was für einem Level er reinkommt, von einem Aziz O'Jolari vielleicht oder keine Ahnung, einem Jaren Phillips vielleicht, also extrem hoher Floor. Ich denke, der kommt auf einem hohen Niveau rein, kann direkt alle 3-Downs spielen und wird jetzt nicht wirklich eine Liability sein, also was, was man ausnutzen kann als gegnerische Offense. Ich glaube, er hat noch extremes Potenzial nach oben, der kann ein absoluter Star-Pass-Rusher werden für sein Team und gar nicht mehr irgendwie lange hin, vielleicht so Ende der ersten Saison schon oder der zweiten Saison. Ich werde jetzt hier nicht zu hohe Hoffnungen um euch machen, falls ihr das Video im Nachhinein nochmal guckt, nachdem euer Team Quartipay gedraftet hat, aber unglaublicher Typ, wirklich extrem stark. Der hat, wenn ich mich nicht irre, wenn da nicht noch irgendwas zukommt, bei den Pro Days dieses Jahr die meisten Bench-Press-Raps gehabt von allen Defensive Ends. Der hatte letztes Jahr so ein bisschen virales Video in Football-Kreisen, wo er einen extrem schnellen Three-Count-Drew gehabt hat und für Defensive Ends ist das, oder nee, der Three-Count-Drew ist vermutlich für Defensive Ends am wichtigsten, weil es wirklich was mit Ben zu tun, schnell kurze Kurven rennen oder kleine Kurven, was auch immer, hat er unglaublich stark gemacht. Also der ist wieder so ein bisschen beides. Der kann außenrum kommen, ist nicht zu steif dafür oder was auch immer. Der kann dich mit irgendwelchen Moves kaputt machen, Counter-Moves, Inside. Apropos Inside, der hat bei Michigan, dadurch, dass sie mit ihrem defensiven System gerade letztes Jahr so viel rumgespielt haben. Der war gefühlt überall auf dem Feld, also nicht überall auf dem Feld, aber an der Line war er überall. Ich glaube, der war sogar mal Head-Up über dem Center in der Null, was sehr, sehr merkwürdig ist oder auf jeden Fall in der Eins, also shaded auf der Schulter vom Center. Viel gespielt, der ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, den du droppen lassen willst. Also für mich ist er eher ein 4-3-End als ein 3-4-Outside-Linebacker. Könnte man ihm aber mit der Athletik sicherlich auch noch antrainieren. Aber ich denke, wenn du ihn als 4-3-End hast und dann vielleicht den einen oder anderen Sorgenblitz spielen willst, wo er mal eine Flat übernehmen kann oder sowas, dann sehe ich ihn das können, falls es deutsch war. Aber ja, ich bin begeistert, ich finde ihn sehr, sehr stark. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht einen extremen Pass-Rush-Ausnahme-Künstler dabei, der es halt rechtfertigt, irgendwo in den Top 5 oder vermutlich sogar Top 10 gedraftet zu werden. Aber für mich sollte Quiddipation relativ eindeutig der erste Edge-Defender vom Board sein. Alles klar, wir gucken noch mal auf alle Pass-Ruscher. Wir haben auf 7 aus medizinischen Gründen Jalen Phillips, dann auf 6 Rashad Weaver aus Pitt, auf 5 Joseph Osai aus Texas, auf 4 den zweiten Miami-Edge-Ruscher und Gregory Russo, dann Aziz O'Gillari aus Georgia auf 3, Jason Auei aus Penn State auf 2 und Quiddipation aus Michigan auf Nummer 1. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr den Like da lasst. Nächstes Mal dann Wide Receiver, das wird bestimmt auch cool, dann Cornerback, das wird auch sehr cool und dann Quarterback, natürlich immer interessant und dann haben wir schon tatsächlich den Draft. Ich mache bestimmt noch mindestens einen Mock-Draft alleine. Ich habe einen mit Fabrice in Planung, wo wir abwechselnd picken und sowas, also seid darauf gespannt. Wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, von den Videos zum Beispiel oder generell irgendwelchen Videos, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.